Yo Freunde was geht ab? Jetzt habe ich gekocht Freunde Hab Raviole gemacht Hab ein bisschen Salz und Pfeffer reingemacht Das ist ein bisschen Geschmack Muss man ja nur warm machen Ich zeige es gleich auf dem Teller wie es aussieht Monster wie das zeige ich euch Hab ich alles am Start Leg mal ein bisschen hier hin, dass es warm ist Das Heerblatt ist natürlich auch feine Sorge Freunde Bevor es hier brennt, müsst ihr euch keine Sorgen haben Ehen steht mein Fahrrad Ihr wisst Und dann gehts hier zur Arbeit Genau Also nicht mehr putzen lassen, jetzt kommen wir rein fertig Arbeit nicht so War freu ich mich so mal Guck mal Ah Dinger ist scheiß vom Ding Krieg ich es nicht hin Ich esse eine Pizza Warte Ich esse eine Pizza Ich esse eine Pizza Ich esse eine Pizza Winnow 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 So Freunde Jetzt müsst ihr euch auf jeden Fall viel teilen Heute markieren mit einem Hashtag Ob ihr es gut findet Schreibt mir in den Kommentaren was ihr noch am Samstagabend macht Das heißt auch immer schon morgen Morgen gehts ja ins Stadion Das heißt ich muss dann morgen schon um Ich weiß gar nicht wenn ich morgen losfragen muss Ich würde mich auf jeden Fall mit einem BMW, AMC, Jaguar, AMG, Mercedes Benz ab Genau Ich weiß ihr wollt immer mehr so Kochvideos Schreibt mir in die Kommentare was ist das nächste Kochvideos Und genau Mit einem Hashtag und Das werde ich auf Facebook, Youtube überall rollern Freunde Gehen wir mal kurz ins Zimmer Dann zeige ich euch kurz Freunde wie das hier aussieht Also ins Endergebnis Schau jetzt gerade Ding Die Bundesliga hier Also die Wiederholung und so Hier ist mein Bett Hier so Juni mit Doppelkäse Bull, Cola, Bier Alles Digga Aber das ist die Kim Genau, schönen Abend noch Blast ihn ja das europische Baum Ich liebe euch Und Peen Gute Nacht